Die Mine ist nicht mehr wiederzuerkennen. Und was sind hier diese weißen Blöcke? Oh, TNT! Siehst du hier nichts, Arnsher? Ach, das ist ein Bug, da musst du neu connecten. Ja, und dann explodiert's. Nein, 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 das ist ein Bug. Bei mir ist er nicht. Alter, wie du mit seiner Mine übertrieben hast. Nein, ich wollte dir bloß helfen, hast du gesagt, ich kann dir helfen. Du scheiß Muschi, pass auf, TNT kommt. Wow. Habe ich wegen... ...ein Zombie gemacht? Oh, 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 Victor, Victor, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich hatte eh ein Schwert bei mir. Der lebt nicht mehr, okay, gut. Ich hatte ein Schwert, aber naja, wegen dem Kämpfen ist das Ganze... Hey, wir haben viel Kohle bei ihm entdeckt. Ah ja, jetzt erkennen wir seine Mine wieder. Lava-Hülle, wie der Kerl hier mal ist, schön beschildert. Wie gesagt, Imi, das ist die Super-Sieh-Strafe. Und ja, dass du mich bei Contra 1 bestraft, das ist schon ein bisschen unfair, weil... ...wir haben unentschieden gespielt. Ja, das stimmt doch. Zwischenlager, oh Gott, ich hab für... ...keine... ...Dings mehr... ...und die... ...ich hoffe, die Explosion, die war schön genug. Alter, die war so awesome, ich bin froh, das aufgenommen zu haben. Sorry. Pass auf! Also, die Lava... ...die Lava... ...woho, geschreckt mich bitte, ey. Ey, du kannst nicht mehr zurück, glaube ich. Doch, das steht in der Situation. Genau, okay, stimmt. Außerdem hab ich die Global... ...ja, ich hab hier noch ne Spitzhacke. Lauf, Kerl, lauf! Na, das ist scheiße, bei Wasser und Lava hat's keine Wirkung. Ja, was machen wir hier? Wir bomben ja noch ein bisschen mal rum. Oh Gott, und dann würde ich mal sagen, schütten wir irgendwie seinen Eingang möglichst mit Lava zu. Ohohoho. Komm, das Obsidian brauchen wir eh nicht. Ach, der Schaden hier ist irgendwie jetzt nicht so, der Burner. Ey, vorsichtiger. Komm, komm, ich hab... Ich hab voll viele Connections zu die Mi-Höhle, also Verbündungen von meiner Mine zu seiner. Ey, gib mal TP. Ähm. Ähm. Warte. Ja, Arnscher und dann KL07 ein, damit ich zu dir komme. Also Slash und dann TP. Okay. So, siehst du hier, das ist ja Eingang zu meiner Mine. Ausgang KL07 Nummer 2. Warte, wo? Wo hat denn das Obsidian? Unten. Schau mal hier, dreh dich zu mir. Da gehst du da runter. Hä, du bist tot? Ja, ich war... Hä? Hä, du bist bei mir plötzlich verschwunden. Die Explosion hast du eigentlich überlebt. Gib mir das nochmal ein. Ach so, gerade eben. Naja, und Dimi war mal so frech und hat mal in eine mühselige Hülle, die ich gegraben habe, einfach so freigeschaufelt. Mein Gott. Ah, okay. Hey, was ist das hier für eine chillige Musik? Die dürfte nicht laufen, wo wir doch gerade Dimi vernichten. Ausgang, okay. So. Hä, kommen wir hier jemals lebend raus? Hey, Zwischenlager! Ich war da mal, das ist voll fett. Zum Mob-Spawner, da machen wir scheiße. Wo ist sein Zwischenlager? Ausgang? Ne, hier ist scheiß Lava. Er hat es beschildert nach hier rechts. Wo ist seine Sch... Mobs, Mobs, Bobs. Uh, Penis, Penis, Penis! Na, klar. Ja, was ist denn jetzt? Ah, da ist seine Hütte! So, Dimi. Zwischenlager... Hey, du bist ja drin, denn warum sagst du... Hä, ne, du bist nicht drin. Wo? Uh, was hat er denn so für wertvolle Sachen? Nehmen wir mal das... Dann das... Ja... Was gibt's denn hier so in diesem Zwischenlager? Hä? Das ist nicht das, was ich gerade kenne. Ah, doch. So hat es ausgeschildert. Hier lang und, okay. Zwischenlager. Uh, auswesend hingeklickt. Victor. Ja? Du wirst jetzt gleich eine fette Explosion hören. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wieder so wenig FPS. Schau, der kleine... Das ist normal. Der kleine Dreckskerl hat eine Redstone-Fackel da. Naja. Hä, ich hab's Diamant gefunden. Wie das denn? War das in seinen Fackeln, oder...? Okay. Dat heißt was. Skype off. Skype off. Internet off. Wie genial. Egal, ich mach... Allein weiter. Ohne Wiki-Shorts. Und gucken wir mal hier rein. Uh, 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 wo ist der Mob-Spawner? Ah, da. Na, gib mal das her. Gib mal das her. Die ersten Satteln, die ich jetzt besitze... Keine Lava-Mail-Spawner. Keine Lava-Mail-Spawner. Keine Lava-Mail-Spawner. Keine Lava-Mail-Spawner. Haha. Ja, toll. Gold. Okay, den Mob-Spawner kann er vergessen. So. Ja, Kyle, ich weiß, ich bin böse. Aber, aber, das musste sein. Seine Strafe. So. Einfach außen. Okay. Jetzt aber. Würde ich mal vorschlagen, raus hier. Nur, wo geht es hier raus? Ah, ja, ja. Das Feuerwerk. Das Feuerwerk. Das wäre eins genial. Ich hoffe mal, ich finde jetzt wirklich raus. Wie, gab es einen Teleport zum Spawner? Ich weiß nicht. Oh, nee. Wir sind jetzt wirklich da, wo wir nicht sein sollten. Okay, ich finde schon raus. Ich finde schon raus. Oder auch nichts. So. Bitte nicht in Lava reinfallen. Okay. Raus hier. Alter, weh, der Kerl. Wenn er das, 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 ähm, die Strafe dann sieht, dann noch sagt, ja, ich hab hier eh nicht gezockt. Ja. Zugeben muss ich. Hat hier ewig nicht gespült. Aber trotzdem, ich glaube, die ganze Arbeit, die man sich hier macht, das schmerzt doch. Ja, ja. Hm. Ich muss höher. Alter. Hab ich da einen Creeper gesehen? Alter, die creepen echt ein. Scheiße. So. Ähm, Zwischenlager. Alter, der Kerl tut echt seine Ausgänge gut beschildern. Jetzt will ich es aber auch mal finden. Das ist der Ausgang. Gut, okay. Wir kommen jetzt dann noch raus. Und, ja, oh, komm. Irgendwie muss ich mir jetzt den Weg runterbomben. Alter, hört auf, ihr Zombies. Ich glaube, das mit dem runterbomben ist keine gute Idee. Oh, egal. Besser als gar nicht. Ja, ein Schäfchen schaut mir hier bei der Scheiße zu. Ganz genau. So. Hochschwimmen, hochschwimmen, hochschwimmen. Und ja, Leute, das war's. Vielleicht nicht so dramatisch wie ich. Vielleicht habt ihr es nicht so dramatisch wahrgenommen, wie ich es empfunden habe. Aber, der Kerl hat seine gerechte Strafe bekommen. Und, ja, mal schauen, wer dann beim Contra 3 Ways abkacken wird. Der wird dann noch mehr bluten als hier. So, oh Gott. Hey, das war's echt wert, irgendwie. Der Server hier weckt echte Erinnerungen. Und ich werde ihn, glaube ich, echt für immer behalten. Immer wenn ich neue Maps starte in Minecraft, das Scheiße gefällt mir nicht. Und wie heißt denn diese... Wie heißt dieser Wasserfall? Das aussieht wie hier. Na, Niagara ist es nicht. Nein, 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 kein. Egal. Ja, ich hab was abbekommen, aber das ist... Auf den Schaden... Den, den, den... Oh, kein, mir fehlen echt die Worte. Egal. So. Oh, nein, meine Kürbisse. Fuck. Ja, ich hab was abbekommen. Naja. Wir wollten noch was mit Lava machen. Das lass ich mir nicht nehmen. Versteinern? Warum nicht? Warum nicht? Jetzt auf zur Quelle. Zack. Zack.